Familienausflug bei den Lenz. Onkel Oskar will sein Geburtstagsgeschenk in Empfang nehmen. Ein Sprung aus 50 Meter Höhe. Na, mal sehen, wie Onkel Oskar in einem eng geschnürten Bungee-Jumping-Outfit aussieht. Wir gehen nach der Koei. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Noch ein Mal. Oh, mache ich noch nicht mit mir? Ja, lach mir, lach mir. Ja. So, ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein, nein. Oh, nein. Das ist doch ein echter Avonturier. Das ist doch straf, wenn man das will tun. Oh, nein. Ich darf es nicht. Das ist das Schuiste cadeau, das du dir Menschen kannst geben. Ich denke. Wir sind alle boven. Wir sind alle boven. Oh, nein. Das darf ich nicht. Nein. Oh, nein. Lass ihn mal zacken. Komm schon. Komm schon. Wir sind die Idee. Wir sind die Idee. Sie, 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 Sie. Alles ist voll. Alles ist voll. Oh, nein! Sieh, ich lege. Sieh, ich lege. Das vergesst du von seinem Leben. Das vergesst du von seinem Leben. Moment! Geh, Daupho! Daupho! Nein! Was will der Möge? Sieh, Sieh! Er ist ein Blatt! Die Mannen sind... Oh, ich sage... 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 Das ist schon bei uns.